Doch sie kriegen mich nicht. Irgendwas von mir kriegen sie nicht, sagen wir es mal so. Mich selbst haben sie nicht gekriegt und der Rest hat sich auch verdunisiert, ja. Den Fußballkaiser haben sie zwar, doch es nützt ihnen nichts. Der hat es besser gemacht. Er hat des Kaisers gegeben, was des Kaisers war. Der Kaiser war er ja selbst. 6,7 Millionen Euro, mein Gott, was hat er bloß damit gemacht? Das erklärt mir keiner. Und er sagt ja auch nichts. Er muss auch nicht. Ärzte beschützen den Mann. Eine Verlangs von Weißkitteln, die Eide abgelegt haben, dass sie einen nicht gleich umbringen, wenn man vor ihnen die Kleider ablegt. Das war früher so üblich, das machen wir jetzt nicht mehr. Der Kaiser ist jetzt nackt. Aber sogar nackt noch bekommt er Respekt. Wer hat je nach seinen Kleidern gefragt? Keiner. Der Kaiser muss jede Aufregung vermeiden. Er kann vor Gericht keiner Verhandlung mit wachem Verstand folgen. Er ist krank. Der Kaiser ist nicht nur unsichtbar und sichtbar gleichzeitig, sondern auch krank und gesund gleichzeitig. Aussicht auf Besserung? Angeblich keine. Und jetzt ist es für alles zu spät. Für mich ist es auch zu spät, nach Amerika zu fahren, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Für den Kaiser und mich ist alles zu spät. Es ist verjährt. Bloß mir glaubt man es nicht. Obwohl auch ich ziemlich bejaht bin. Das Verjährte kriege ich noch hin. Das Verkehrte ist mir schließlich schon oft gelungen. Eine politisch missliebige Person, ja, so sagte jemand beim Durchsuchen meiner Habe. Also meine eigens vergrößerten Ansichten wollen sie in ein fatal und wenn man sie nicht vergrößern kann,